Kanadas Premierminister Trudeau würdigte ihn als den größten Singer-Songwriter des Landes. Gestern Abend ist Gordon Lightfoot, der kanadische Folk- und Country-Sänger, im Alter von 84 Jahren gestorben. Er nahm 500 Songs auf und gab mehr als 1500 Konzerte. In den 70er Jahren gelang Lightfoot der internationale Durchbruch. Zu seinen bekanntesten Titeln gehört If You Could Read My Mind. If You Could Read My Mind If You Could Read My Mind If You Could Read My Mind